Hallo, da sind wir wieder. Bei etwas leichten, kompakten, es ist immer da. Man kann es immer benutzen. Da ist es. Also das letzte Mal hatten wir die Fragen. John Lennon, Paul McCartney. Ja, ging so. Hat man sich nicht erscheinen können. So als nächste Frage. Wirst du eher verdankbar sagen, also kreditiert, keine Ahnung wie das Wort zu besetzen ist, bei der Erfindung des Rates oder bei der Erfindung des Internets. Mal überlegen. Wenn ich der Erfinder des Rates wähle. Wenn ich der Erfinder des Internets wähle. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Beim Rat, da bin ich... Ich glaube, wenn ich das Rad nehme, dann bin ich schon ziemlich alter als die Menschen das Rad. Nee, ich nehme einfach... Ach, komm ich nur das Internet. Ah, ja, ja, das hätte ich nicht erwartet. So, wirst du eher ein Vulkan-Explosion, also Eruption sehen, oder mitbekommen, wer ein Meteorit die Erde schlägt? Hm. Kommt es darauf an, wie weit man weg ist? Also lieber mag ich, wenn es ein Vulkan-Explosion bildet, dann ist es natürlich, ist aber ein Meteorit. Ja, also ist ein bisschen wenig gespalten. So, als nächstes. Wirst du eher ein Container voller Butter essen, oder eine Flasche von Sirup? Eine Flasche von Sirup, Marpe-Sirup, äh, Ahornsirup. Und da einen ganzen Container Butter. Ich meine, wo soll ich einen ganzen Container hin tun? Das passt doch irgendwo in mir rein. Ich bin zwar groß, aber ich bin groß auch nicht. Ich glaube, ey, ja, da stimmen auch manche zu. So, was sagen die Kommentare? Kommentare sagen... Nein, das sagen sie nicht. Oh, ich kann die Kommentare nicht sagen. Egal. So, als nächstes. Wirst ihr jede Programmsprache verstehen? Oder jede gesprochene Sprache verstehen? Ich glaube, ich würde jede gesprochene Sprache verstehen. Es gibt wunderschöne Sprachen, da könnte ich alles lesen, was ich will. Ja. Als nächstes. Bevor du zum Bett gehst, wirst du eher drei Schüsse Dip Tobacco-Split. Tobacco-Split. Ja, Tobacco. Also drei Schüsse Tabacco. Oder drei... Oder drei Schüsse Tabacco. Ich glaube, ich würde lieber Tabasco nehmen. Ich weiß nicht, was Bonwasser ist. So. Wirst du eher in einem nicht benannten Rockband sein? Oder... Hast du in einer widely popularen Kids-Band? Oder in einem sehr popularen Kinder-Band sein? Ach, Namen sind überbewertet. So. Live in. Wirst du eher... Achso. Wirst du eher leben in... ...den Menschen in Babyliss oder im Penthouse in Manhattan? ...den Menschen in Babyliss oderloh-Split. Das sagt mir nichts, aber das sagt mir... ...dum dum 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 d dum d d-dum 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 d-dum-d-dum. Ja, meine Angriffstaktik ist nicht unbedingt, dass ich direkt zuschlage. Wenn der Wolf mich angreift, ich muss ihn praktisch nur an einer ungünstigen Stelle, vielleicht die Vorderbeine, an ihn dran drücken. Dann kann ich nichts tun, dann leg ich mich vielleicht noch seitlich auf ihn drauf und dann ist er bewegungsunfähig. Dann muss er irgendwann aufgeben, was im Sinne Wölfe ja keine dummen Tiere. Welcher Zauberer wärst du eher? Gandalf oder Dumbledore? Ich nehme mal Gandalf. Auch wieder eine knappe Entscheidung. Falls sich manche fragen, warum ich das schnell durchgehe, weil ich bereits das innerlich durchgehe. Die Möglichkeit, ohne es zu sagen. Manche Sachen weiß ich auch nicht genug. So, wie hier. Wirst du eher für gesucht werden wegen Mord und auf der Flucht sein? Oder ein Obdachloser sein, der nur Boxer hat. Boxers, also Boxerschutz. Das ist soweit wie, wenn ich jetzt ein gesuchter Mörder wäre und auf der Flucht wäre. Das wäre ungünstig, könnte mich nirgendwo in Öffentlichkeit sein. Oder wenn ich einen Obdachloser habe, der nur unterhalten schaut. Obwohl... Ich werde gesucht wegen Mord. Aber... Da steht nicht wem ich umgebracht habe und was mich verfolgt, nur von wem ich flüchte. Heißt... Ich könnte... Einen Terroristen... Erledigen... Und bei dem bin ich dann... Ja. Ich mache ein Listenblatt und... Oh je. Wirst du eher ein Jedi Meister sein oder ein Elite Saiyan? Also Saiyan. Gut. Also beim einen habe ich einen Mischwert und die Macht. Zumindest wird die Macht nicht kühlen. Ich mache... Warte. Nehmer der Satz. Ich glaube, die Macht die Macht ist mit mir. Ich glaube, die Macht die Macht ist mit mir oder so. Und als Elite Saiyan... Ja... Ich glaube, beim Elite Saiyan bin ich auch einfach gesucht. Warum auch immer. Die haben Undorn Probleme. Undorn verlieren sie jemanden. Bei Jedi ist ein bisschen anders. Obwohl ich kann... Kann ich ein Jedi sein? Ach komm ich nicht mehr bei Jedi Master, denn... Die Macht wird mich schon leiten. Die Macht wird mich auch gegen einen Super Saiyan beschützen. So. Wirst du eher... Mit Poo Bear abhängen oder? Wollen wir mit Balou abhängen? Das muss ich nicht argumentieren. Ich habe so beides gesehen. Aber definitiv mit Balou. Balou ist super. So. Wirst du eher... Oh nein. Nächste. So. Wirst du lieber immer rennen? Oder immer kriechen? Tue ich mir nicht weh. Ich bin zwar minder halt, aber hey. Mich stürzt nicht. Außerdem. Da unten stand gerade. Ich will niemals schwer zu spät sein. Aber stell dir vor wie ungünstig es wäre. Wenn du die ganze Zeit laufen bist. Du wirst immer außer Puster. Dadurch kriegt man wahrscheinlich auch irgendwann Probleme mit irgendwelchen Kreislaufen oder so. Und du musst andauernd viel essen. Das kostet. So. Egal. Wirst du eher Star in Saved? Wirst du lieber ein Star in Saved? Bei Bill de Bell? Star in Boys Make Boys Make Boys. Das sagt mir nichts. Tut mir leid. Wenn du eins haben würdest, würdest du eher Facebook oder Twitter haben? Ich drücke auf das Ohr. Ich will lieber das und oder haben. Mhm. Keine Ahnung. Ich nehme mal Twitter. Was weiß ich. So. Wirst du eher ein unterbrochenes WNBA Double Header hören oder den ganzen Nickelback CD in einem sitzen. Nickelback sagen. Was ist das andere sagt mir nichts. Wir haben noch. Wir haben noch 10 Minuten. 10 Minuten. Ne. Gut. Wirst du eher ein Spaten bekommen? Oder ein Cock? Die habe ich gesehen. Die haben eindeutig Probleme. Aber ich würde lieber ein Spaten werden. Ich habe doch irgendwo noch ein Bild mitgezeichnet als Spaten. Aber wo? Jemals nehme ich ein Spaten. Leuten steigt jemand. Das ist unfair. Nein. Ich weiß, was ein Cock tut. Und ein Cock hat ziemlich viele Probleme. So. Also habe ich keine Interesse in deinem Inneren als Wurm zu sein. So. Wirst du eher den Augenkontakt bewahren, während eine andere Person in die Augen zu gucken und eine Banane zu essen. Oder wirst du eher... Da unten. Oder deine Hand runter zu der Banane bewegen. Hä? 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 Also, ich glaube, hier ist was gemeint. Für die, die jetzt nicht wissen. Außerdem, ihr Gematari, ihr wart sehr unproduktiv, müsst ihr wissen. So. Es gibt da so eine Sache, das verstehe ich nicht. Für die, die jetzt zugucken, habt ihr Glück. Der meiste mehr über mich. Ich verstehe das nicht mit den Schiefdenken. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Schiefdenkensache. Ein falsches Verstehen. Das verstehe ich nicht. Ich sehe kein Problem mit beiden. Ich nehme an, ich kann aber jemanden zugucken, wenn ich eine Banane esse. Was ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht. So. Wirst du eher mit deinem, äh, mit deinem Cousin oder Cousine ausmachen? Oder Cut-Off-Shirts. Also, Cut-Off-Shirts tragen, das ganze Leben immer was ausziehen. Was sind Cut-Off-Shirts? Äh, Shorts. Also, die mit den abgeschnittenen Beinen. Ich nehme mal an, das geht. So. Auch wenn ich mir einfach was drüber ziehen könnte. Wirst du eher, wie eine Regulare an Adele, oder? Auf eine tägliche Seifenoppera, oder? Was? Äh, äh, Mist, das habe ich mir nicht mehr verstanden. So, ja, 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 so. So, wirst du eher. ein jahr ohne deine zähne oder ein jahr ohne internet also ich mag schon meine zähne aber meine zähne können mich nicht mit dem rest der welt verbinden ich könnte keine videos mehr machen ich könnte auch keinen kontakt zu anderen haben und eventuell mehr überfinden und dann zusammen eine community bilden und dann let's play together machen was mein eigenes ziel ist auf youtube und ich mag quark ich glaube das und sprechen ohne zähne kann ich auch das klingt ja ungefähr ja kein problem wirklich kein problem so du möchtest nicht eins wirst er nur leute daten mit severer ocd okay ich glaube ich nehme das hier aber weil es gibt nichts schlimmeres als rauchen ich mag kein rauchen lieber das andere egal was ist wirst du eher ich glaube das hier was weiß ich wir haben noch willst du eher wirst du lieber ein nagel durch deine finger bekommen durch den einzelnen oder ein vermose nachts mit messer an meinen rücken gekratzt bekommen ja das gute leben non problemo so was haben wir wirst du eher eine schreckliche audition haben bei amerikans idol oder eine lächerliche einfache frage bei wer mit millionär beantwortet und das könnt ihr mal beantworten mal gucken ob es sich lohnt bei interaktivität ja bis dahin ja bis dahin so und und du Untertitelung des ZDF, 2020